Es steht viel auf dem Spiel. Ob wir weiterarbeiten können und wie stark wir das können. Ob wir unseren Weg weitergehen und ob wir wichtige Projekte vorantreiben können. Es steht viel auf dem Spiel. Ich brauche euch heute und morgen. Ich brauche euch die nächsten drei Wochen und die kommenden fünf Jahre. Heute bitte ich euch. Heute appelliere ich an euch. Kämpfen wir gemeinsam, geben wir gemeinsam alles. Von heute weg bis zum Wahltag, von jetzt weg bis zum 29. Jänner. Geben wir gemeinsam alles, weil diesmal so viel auf dem Spiel steht. Weil diesmal alles auf dem Spiel steht. Geben wir alles, dann schaffen wir Großes. Darum bitte ich euch im Interesse Niederösterreichs, im Interesse unseres Heimatlandes. Applaus